Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video und heute fotografiere ich mit euch an exklusiven Locations aus einem ganz guten Grund. Wir haben jetzt ungefähr zwei Wochen im Einsatz das Objektiv Sigma 16-28, durchgehend 2,8 DGDN Contemporary. Bleibt dran! Heute ist der Tag, an dem dieses Objektiv vorgestellt wurde, offiziell. Und Sigma hat uns das Objektiv schon vorher zugeschickt, damit wir es testen können. Und klar, für mich ist das immer ein neues Spielzeug. Sehr interessant, neues Objektiv zu testen, neues Objektiv in verschiedenen Situationen auszuprobieren. Und das haben wir jetzt natürlich mit Freude getan. Danke an Sigma an dieser Stelle für die Zusendung des Objektivs. Das Objektiv ist das hier. Ja, das Objektiv. Also ihr wisst ja, was Objektiv ist. Ja, aber das ist hier dieses kleine Teil auf meiner Sony Alpha 7c und klein, das ist natürlich ganz wichtig. Mir hat zum Beispiel 14-24 2,8. Das hier ist 16-28 2,8. Klar, hätten wir jetzt 14-24, hätten wir wahrscheinlich ein bisschen größere Masse, ein bisschen schwereres Glas. Aber dieses Objektiv ist in erster Linie an Reiser und an Street-Fotografen gerichtet, die leicht unterwegs sein möchten. Ich habe schon gesagt, also hier haben wir 2,8 durchgehend Lichtstärke. Das ist natürlich sehr gut. Und für mich ist dieser Brennweitenbereich ein bisschen ungewöhnlich. Man baut meistens so 16-35 oder wenn kürzere Brennweiten sind, dann ist das 12-24, haben wir von Sony, 14-24 von Sigma. Oder man macht Standardzoom 24-70 oder 28-105 oder was auch immer. Aber das hier 16-28, für mich war das ein bisschen surprise, weil ich dachte, okay, was kann ich jetzt mit diesem Objektiv anfangen. Das ist jetzt kein extrem Weitwinkel. Für Tele reicht es auch nicht. Also für meine Lieblingsbrennweite, 35 mm hat es auch nicht ganz gereicht. Und deshalb habe ich jetzt mal gerätselt, okay, was mache ich damit. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Das Objektiv ist jetzt unter C-Serie angesiedelt. Das ist jetzt keine Art-Serie, sondern kontemporäre. Und wir haben hier im Prinzip nichts auf diesem Objektiv. Also wir haben Autofokus, Manuernio-Fokus, wir haben Zoom-Ring und wir haben Focus-Ring. Das war's. Mehr gibt es nicht. Es gibt natürlich eine Gegenlichtblende. Das muss natürlich sein. Und ja, das Ganze wiegt ohne Kamera irgendwie um die 450 Gramm. Was ist für mich wichtig, außer der Größe und außer Gewicht? Natürlich der Preis. Klar, also die Objektive sind nicht billig. Es gibt viele Objektive, die teurer sind als Kameras. Wir haben auch einige Objektive in unserem Park, die ein bisschen teurer sind als die Kameras, die wir nutzen. Aber hier liegen wir bei 899 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Ja, also kleines Objektiv, leichtes Objektiv, unter 1000 Euro angesiedelt. Und Brennweitenbereich, okay. Also wir können keine spektakulären Aufnahmen damit machen. Wir zum Beispiel mit 12 Millimeter. Aber 16 bis 28 ist sehr gut geeignet für Stadtfotografie. Und in der Stadt haben wir natürlich auch fotografiert. Schaut euch bitte an, was wir in einer Stadt wie Tarragona alles gefunden und fotografiert haben. Schaut euch bitte an, was wir in einer Stadt wie Tarragona alles gefunden. Schaut euch bitte an, was wir in einer Stadt wie Tarragona alles gefunden. Das klassische Fall für so eine Brennweite. In unserem Fall 16 bis 28 Millimeter. Zum Beispiel Landschaftsfotografie. Was ich jetzt in der Stadt fotografiert habe, habt ihr gesehen. Ich habe die Fotos vorher, Fotos nachher eingeblendet. Und die Nachherfotos, die wurden natürlich bearbeitet mit unseren Smart Profiles und Smart Profiles Creative. Diese Smart Profiles könnt ihr natürlich bei uns im Shop erwerben. Und jetzt sind wir hier im Summer Park in Katalonien. Und das ist jetzt wirklich eine grandiose Landschaft. Hier gibt es sogar ein Pärchen mit einem Fotografen. Der macht gerade Hochzeitsfotos. Da machen wir es natürlich nicht. Aber die nehmen wir jetzt einfach mal als Garnitur für die Landschaft mit. Hier eine kleine Insel mit so einem kleinen Häuschen oben, eine Brücke. Da steht gerade Brautpaar. Das war es als wunderschön grün. Und ich nehme jetzt klassische Einstellungen. Blende nehme ich jetzt gerade 9. Leichte Belichtungskorrektur, minus ein Drittel. Und ich fotografiere mit kürzester Brennweite, die ich habe. 16 Millimeter. Und so sieht das jetzt aus. Bitte nicht wundern. Also ich fotografiere immer freihändig mit dem Display. Einige fragen, ja, verwackelst du nicht? Nein, ich verwackele nicht, weil die Kamera hat einen Image-Stabilisator. Image-Stabilisator ist natürlich an. Und deshalb habe ich damit kein Problem, so zu fotografieren. Und außerdem fotografiere ich sehr gerne so. Ich löse mit dem Daumen aus. Dann halte ich, oh, jetzt, wenn ich hier die Hand halte, dann sehe ich die Hand, das ist schlecht, weil 16 Millimeter, das ist doch Weitwinkelbereich. Aber wenn ich jetzt so die Kamera unten abstürze, dann ist die Verwackelungsgefahr komplett eliminiert. So, und wenn wir jetzt diese Insel noch mal fotografieren wollen, ein bisschen näher, klar. Wir können jetzt näher rangehen. Ich gucke jetzt mal, auf wie viele Millimeter ich komme. Ich möchte natürlich auch komplette Spiegelungen im Wasser mitnehmen. Übrigens, diese Farbe des Wassers, das ist kein Photoshop. Das ist echt so grün. Und wir machen jetzt, ja, ich bin jetzt bei circa 24 Millimeter. Das ist sehr gut. Also, da brauche ich jetzt keine 35. Jetzt machen wir 28, volle Brennweite. Und so sieht das aus. Wenn ihr sowas fotografiert, dann achtet bitte auf die Spiegelungen, dass alles komplett drin ist, dass nichts abgeschnitten ist, dass alles gut aussieht. Die Fotos habt ihr gesehen, vorher, nachher. Und jetzt gehen wir weiter. Falls ihr nur dieses Objektiv unterwegs habt und plötzlich Bedürfnis verspürt, dass ihr eine Portraitaufnahme machen könnt, könnt ihr natürlich auch machen. Gut, wenn man mich fotografiert, dann nimmt man 16 Millimeter. Wenn man zum Beispiel ein hübsches Model fotografiert, dann nimmt man 28 Millimeter. Weil diese Brennweite ist für Portraitaufnahmen doch ein bisschen zu kurz. Aber im modernen Stil kann man durchaus sehr schöne Bilder machen. Schaut euch bitte an, wie wir Portraitaufnahmen in der Stadt fotografiert haben. Diese Aufnahmen wurden übrigens gemacht bei knalliger Sonne. Die Sonne war schon fast unter, aber es war trotzdem sehr hartes Licht. Und trotzdem hat das Objektiv sehr gute Dienste geleistet. Klar, wir bearbeiten unsere Fotos natürlich, die extreme glänzende Stellen bearbeiten wir, zum Beispiel mit unseren Portrait-Presets. Also das kann man natürlich auch machen. Und man kann diese Glanzstellen reduzieren. Aber ansonsten, 28 Millimeter, lacht nicht. Man kann 28 Millimeter tatsächlich für Portrait benutzen. Und die Portraits sehen sehr gut aus. Schaut bitte. Ich habe schon erwähnt, mit 16 Millimeter kann man keine atemberaubende Perspektiven machen, wie zum Beispiel mit 12 oder mit 14 Millimeter. Klar, der Unterschied, 4 Millimeter, das ist im Weitwinkelbereich sehr viel. Aber trotzdem, ich mache jetzt eine Aufnahme, wo wir tatsächlich eine Perspektive bekommen, wo man denkt, diese Perspektive ist mit kürzerer Brennweite entstanden. Ich stehe jetzt hier auf einer Brücke. Hier vor mir ist eine Palme oder was auch immer, ein Baum. Das kann man natürlich mit verschiedenen Pflanzen machen. Und ich mache jetzt eine Aufnahme. Die Wasserfläche endet in einem Drittel. Das ist so klassisch. Jetzt habe ich aus Versehen ausgelöst. Wollte ich nicht. Aber jetzt schaut mal. Also die Palme setze ich in den rechten Drittel. Also die ist oben, nicht ganz an der Bildkante. Das ist ganz wichtig. Wenn er fotografiert, versucht bitte die Objekte, die er im Bild hat, nicht an die Bildkante heranzuschieben, weil sonst hat dieses Objekt keine Luft zum Atmen. Ich fotografiere jetzt so, dass ich tatsächlich alles drin habe, was ich möchte. Diese Brücke hat eine sehr schöne Struktur. Das sieht er. Und das Wasser, die Wasseroberfläche ist einfach fantastisch. Und diese Kombination, die finde ich super genial. Und man kann hier tatsächlich denken, dass es eine viel kürzere Brennweite ist, als es tatsächlich ist. Also 16 Millimeter sieht kürzer aus, als es ist. Eine Frage. Kann man mit dieser Brennweite auch Tierfotografie machen? Ja, man kann. Wenn die Tiere ruhig sind und wenn man nah genug rankommt. Ich habe jetzt eine Ente, die ist schon ein bisschen skeptisch, aber ich mache trotzdem jetzt ein Foto. Und jetzt sind auch die Kinder da, die werden sie wahrscheinlich verscheuchen. Aber das macht nichts. Und die anderen Enten kommen auch schon. Super. Drummann Show. Ja, kaum versucht man ein Foto zu machen, kommen die fünfeinhalb Leute, die im Park sind und versuchen, in das Bild reinzukommen. Aber das macht nichts. Wir sind da absolut schmerzfrei. Ich habe jetzt hier Blende 5,6 genommen. Das hat wunderbar funktioniert. Und was wir jetzt machen, ich beweise euch, dass man mit diesem Objektiv auch Tiere fotografieren kann. Wir gehen jetzt zu stinknormalen Hühnern. Das war jetzt gerade nicht geplant. Das war spontan. Ich habe einen Pfau bei Animationstanz erwischt. Das war wirklich absolut genial. Der hat mich komplett herangelassen. Ich habe mit kürzester Brennweite fotografiert. Gut, also man kann dem Tier nicht sagen, bleib mal stehen. Also der hat mal so gemacht und dann so gemacht. Wollte eine Dame bei den Drucken. Ich war nur ein Störfaktor, aber ich habe trotzdem meine Bilder. Und ich muss sagen, Autofokus bei diesem Objektiv funktioniert super. Also ich habe jetzt keine Abstriche gemacht. Hat alles super geklappt. Gut, bei Serienbildfunktionen gibt es natürlich immer Aussetzer. Beziehungsweise Fokus sitzt vielleicht nicht auf dem Punkt, wo es sitzen soll. Aber sei es drum. Weil wir können nicht immer alles kontrollieren. Deshalb Serienbildfunktionen. Und ich habe jetzt auf Continuous Autofokus gesetzt. 800 Sekunden genommen. Verschlusszeit. Und Bilder habt ihr jetzt gesehen. Also ich bin mit diesen Bildern wirklich sehr zufrieden. Vor lauter Fotografieren bin ich fast komplett ins Schwitzen gekommen. Aber ich habe dieses Thema trotzdem nicht vergessen, was ich euch unbedingt noch erzählen wollte. Einige Fragen, wozu braucht ein Weitwinkel so eine offene Blende Witz 2,8? Also mich hat 2,8 bei 14,24 und möchte darauf nicht verzichten. Ich habe 12,24 bei Blende 4. Und wenn ich jetzt irgendwas fotografieren möchte, ein Objekt im Vordergrund scharf, Rest unscharf, dann merke ich sofort 2,8. Das ist wirklich ein minimaler Unterschied. Aber man merkt, Bokeh sieht natürlich viel besser aus. Und zum Beispiel hier. Ich habe jetzt hier eine wunderschöne Pflanze entdeckt. Wir waren jetzt auch im Gewächshaus und haben dort Strelizien gefunden. Also Strelizien, das sind so ganz, ganz spektakuläre Pflanzen. Die kann man sehr schön flach fotografieren, sodass wir im Hintergrund alles unscharf darstellen. Und jetzt speziell im Gewächshaus. Da gibt es vielleicht irgendwelche Störfaktoren. Vielleicht ein Rohr oder ein Zaun oder ein Fenstergitter und so weiter. Und das kann man natürlich wunderbar mit Bokeh ausblenden. Wir fokussieren auf die Pflanze, nehmen Blende 2,8, Rest verschwindet im Bokeh. Und wir haben bei diesem Objektiv eine Einstellungsgrenze. Ja, ja, ich habe dich schon fotografiert. Wir haben bei diesem Objektiv die Einstellungsgrenze 25 cm. Deshalb klappt das wahrscheinlich sehr gut, auch in diesem Fall. So, jetzt versuche ich mal. Also ich fotografiere jetzt so, dass ich nicht den ausgebrannten Himmel nehme. Ich fokussiere auf die Pflanze, zack, und was ich sehe, es sieht richtig gut aus. Die Pflanze ist absolut scharf. Hintergrund ist im Bokeh verschwunden. Ich habe 28 mm Brennweite genommen. Und ja, also 2,8 bei Weitwinkel ist durchaus berechtigt. Das war's. Ich habe euch heute wirklich das ganze Programm geliefert. Miho hat fleißig gefilmt. Jetzt kriegt er Muskelkater, aber ich belohne ihn mit einem Bier oder mit anderem leckeren Getränk. Und ich habe euch das Objektiv vorgestellt. 16-28, durchgehend 2,8, kontemporäre Serie auf Sony Alpha 7C. Ihr könnt euch selbst ein Urteil bilden. Ihr habt die Fotos angeguckt. Kanalmitglieder bekommen natürlich wie immer die Rohdaten zur Verfügung. Natürlich nicht alle, weil es sind sehr viele geworden, aber eine ziemlich große Sammlung zum Angucken. Da könnt ihr selbst schauen. Wie gesagt, chromatische Operation, Schärfe, Randschärfe und so weiter, Vignetierung. Also ich werde jetzt nicht alle technischen Daten erzählen. Aber mir hat Spaß gemacht. Das Objektiv ist klein, leicht, kompakt. Ich habe mich an diese Brennweite gewöhnt. Es ist immer so, man bekommt ein neues Objektiv zum Testen und man muss sich erst mal an das Objektiv reinarbeiten. Ich bin kein Mensch, der immer so technische Daten erst mal durchliest. Für mich ist ganz wichtig, an die Kamera anschließen und go. Fotografieren, entdecken, Motive entdecken, Motive interpretieren. Und dann habe ich jetzt die Fotos angeguckt. Ich habe nichts auszusetzen. Wie gesagt, heute ist Premiere. Das Objektiv wird bald im Handel sein. Fragt einfach euren Händler, wann ein Objektiv verfügbar sein kann. Und 899 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Die Links zur Sigma-Seite unter dem Video. Wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann schaut bitte andere Videos von uns. Wir haben sehr viele. Werdet Kanalmitglied. Kanalmitglieder unterstützen uns bei unserer Arbeit. Vergesst nicht auf Thank-Button zu drücken. Damit unterstützt ihr uns auch gerne. Und schaut bitte bei uns im Shop vorbei. Wir haben dort alles mögliche, außer Dosta. Wir haben Presets, Aktionen, Kameraprofile, Lernvideos, Bücher. Alles. Es ist für jeden was dabei. Wir freuen uns auf euch. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht Fotos. Bearbeitet eure Fotos fleißig. Habt Spaß beim Fotografieren und vergesst nicht Oma zu grüßen. Ciao.